Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spanferno Cockroach Mit unserem neuen E-Sport-Titel What the fuck? Was ist er denn machen? Also es gibt Kakerlaken und es gibt Menschen und ihr müsst euch verstecken und ich muss euch suchen und töten WTF? Und ihr müsst so Sachen essen, könnt euch vermehren, Eier legen und ihr könnt mutieren, dass ihr dann fliegen könnt Ihr könnt Eier legen? Was? Wie? Ihr müsst erstmal was zu fressen finden Da ist einer! Ah renn! Wo bist du? Ah nein! Wo bist du? Was ist das für ein komplett... Wo seid ihr? Alter, du bist ja richtig ein Hot Grill, ey Oh, ich guck dir unter den Rock, Kapper Wo ist denn unten, Alter? Kevin, wo wär's das? Springen Aber wo ist denn... Ich kann mich manchmal freuen Oh, ich hab dir unter den Rock geguckt, Max Was ist die, ihr seid... Was müssen wir machen? Ihr seid irgendwo unten Ihr seid irgendwo unten Hallo? Wo seid ihr? Das ist ein Bullshit, Alter Ich hab irgendwo gegessen Nein! Nein! Juhu, daneben! Oh mein Gott Oh Ich schmeiß dir alles gegen, guck Haben wir ein Zeitlimit oder sowas? Ich hab keine Ahnung, Juhu Was ist das für eine Scheiße? Oh Juhu, ich mag so einen Toaster Alter, es ist voll verwirrend alles Ich hab das aufgegessen, Max Oh, ich hab ein Messer Alter, wo bin ich? Wer ist denn das, der hier in der Wand rumläuft die ganze Zeit? Ihr traut euch nicht, ihr kleinen Kakerlaken Was müssen wir jetzt machen? Alter, das ist so... Ey, ohne Witz... Mir wird schlecht so... Ich weiß nicht, wo oben und unten ist die ganze Zeit Jo, was machst du denn, Max? Ich schub euch Deine Boobs, Alter Da! Wie kommt man denn hier? Wie kann man sich denn bewegen? Alter, wie schnell ich bin! Von A nach C Ich fall immer runter, Mann Was ist eigentlich scheiße? Wer ist denn das hier? Bist du das, Kutcher? Alter, Kutcher ist richtig groß irgendwie Ich hab auch schon was gegessen, wo seid ihr denn? Wie isst du denn? Bist du das hier, Kutcher? Bist du das hier? Was heißt denn, die Neuen sind das die Sachen, die wir noch essen müssen? Weiß ich nicht, vielleicht Wie viel Leben ihr glaub ich habt? Ich seh da jemanden, wer ist das da hinten? Ich glaub ich bin das, Alter Alter, mir wird richtig schlecht 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 Alter, wir können... Nein, 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 nein Nein, 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 nein Scheiße, er hat mich gleich Ah! Ah! Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ah, nein! Mit dem... Hä? Du bist durch die Wand... Du bist durch die Wand gecheckt Ich? Also ich bin auf dem Kühlschrank Ich komm einfach auf die Wichser Wer ist denn da drin? Keine Ahnung, Kutcher oder so So, wo ist er... Wo seid ihr? Oh yes Da! Long Range! Nein! Da! 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 Alter, wie schlecht! Da! Aber man kann respawnen Ah, Mann, das sind die Leben Jetzt sind die Leben weg Was ist denn das für ein Bullshit? Ich höre wen fressen? Alter, ich werde richtig zum Monster, Junge Bald bin ich einfach nur Aragork Aragork! Aragork! Wo bist du, Kutcher? Bezeih ich dir nicht, du kleines Schleckermäulchen Alter, wo ist denn du denn? Wo hast... Hier liegen Krümel rum, die müsst ihr einsammeln Wenn ihr Picker Ich weiß, ich will nicht mal auf die Steuerung klarkommen, Alter Oh, hallo, Max! Hä? Oh, Press Air to be spawnen, wir haben ein neues Leben Da bin ich Mit Katzen, oder was? Ey, Kutcher, wo frisst du meine Sachen? Was muss man denn drücken zum Essen? Alter, du wirst so richtig riesig, Max, Alter Kutcher, musst du noch irgendeine Tasse drücken zum Essen? Hallo! Ihr versteckt euch in irgendwelchen Kack-Schlitzen, Alter Kutcher! Ihr seid doch hier unten Oh, Scheiße, da ist er! Muss man irgendwas drücken zum Essen? Nein, dreifach drüberlaufen Ey, der... Nice Bottle-Flip Da hinter den Dingen, die du dich bücken kannst Das sieht ja geil aus, du Bücker Ich schmeiß dir da was hinter, du Wichser Hier eine Gabel und einen Löffel Ja, probier's doch Der Weile pfeffelt Ich geb den Löffel nicht ab Hier, jetzt ein Schwamm, er steckt dran Oh mein Gott, ist das verwirrend Alle, alle erstmal braindead Mach dich komplett weg, Junge Fuck Wo bist du dahinter? Ja Ich seh dich nicht mehr mehr Ich bin bestimmt wieder da Da! Jetzt klatsch ich dich weg, Junge Ah! Du nimmst viel anders, das bin ich nicht Kevin! Ich weiß nicht, wo ich bin Ich renn einfach runter, keine Ahnung, ich seh nichts Hör auf mich zu hauen Hey, ich treff dich nicht Ich weiß gar nicht, wo ich bin Oh, ich bin auf dem Fenster Hä? Kannst du damit rumwerfen, Max? Warum sagst du mir das? Gibt's denn hier was zu essen, Alter? Ich weiß selber nicht, wo ich bin Alter Ich seh auch nichts mit zu essen Oh, hier ist da noch ein Kakerlake, moin Ist schon alles weggefressen Ja, moin Bin ich die Größte von euch? Ja Du bist der Hässlichste, Junge Ich mach die Sachen jetzt hier zu Was ist denn das denn auch? Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Motocopter Was ist denn jetzt los? Ich mach mir hier die Schubladen und so auf Oh, jawoll Jungs, wo seid ihr? Hast du ne Knarre, Alter? Wow Oh, ich hab die geworfen Oh, da ist oben No Rennt, wer da oben ist Hey, ich Oh nein Hä, aber ich will damit schießen Hast du ne Schrotflinte in der Hand? Jo Jo What the fuck? Ich will die nicht werfen Kutscha, ehrlich, warum findest du was zu essen? Hä, die liegen einfach so rum, aber das Ich hab auch nichts gesehen, Alter Ja, zwei Sachen hab ich bisher gegessen Wer futtert? Wer futtert? Fette Sau Heb das auf du Sch- futt Ohelou Wo seid ihr Hail, hail, hail. Ali du kannst nun mal die Teller aufräumen Max? Das hat schlug Jetzt hast du verisf... Neeee Eigen,怎eeeeens! Vergassen Nein Anananananananananananananan Hä? I'm out Då slaat mich nur Wow Usefull Jetzt findest du mich nie mehr I'm Out Shit Shit, 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 shit Shit Shit, shit, shit Liebe, was denn shit Ach, man verliert, man verliert Essen. Mann, ich seh euch nie! Was ist das Ziel? Das Ziel von dem Spiel? Lass mich! Hey, bin ich auf dem Boden? Dann krebs doch hier niemals ran! Wow! War knapp! Alter, hör mal auf Schwämme auf mich zu schmeißen, ey! Junge, ich räuch ja nicht aus! Kann man dann erklären, was der Scheiß Sinn ist? Was müssen wir tun? Wer krabbelt denn hier, Alter? What the fuck? Wer ist denn das? Wer ist das denn? Kevin, Junge! Radier euch komplett aus, Alter! Ah, hier ist was zu essen, Kevin! Nein! Ist mein Essen! Oh, nicht mehr! Warte, warte, warte! Wo ist das? Ist du gerade? Oh, da! Die Musik dazu! Der ist so übel zum Metal-Track, Alter! Ich hab richtig gewonnen! Ja, ja, bist du! Siehst du doch! Wo sieh ich das denn? Pfff! Siehst du doch! Ist das nicht Ego-Perspektive? Oh, Leute! Kutschi ist über lang! Der kackt! Der kackt hinten raus! Warte mal! Wie komm ich jetzt hier wieder raus, Kutscha? Left-Mouse-Button! Teases? Was bedeutet Teases hier? Ah, ich hab's! Zähne? Moin! Wer ist das wieder hier? Kutschi! Dein Waschbecken, Junge! Oh nein, Sola! Oh nein, Sola! Sola kostet uns alle Leben, Alter! Alter, Max, was hast du hier alles reingeschmissen in die Ecke? Jo, da seid ihr? Nee! Ich bin ja eh so ein Talent dieses Stück Scheiße wie du! Vor allem, ich krieg das Handy wieder raus! Alter, ich weiß... Oh, ich bin eine Fliege! Ich esse jetzt eine Fliege, Leute! Alter, die Schwerkraft geht mir richtig auf den Sack bei dem Spiel! Ja, irgendwann kann man später fliegen! Wer? Echt? Oh, ich bin eine Fliege! Ich kann fliegen! Wie denn? Ich hab eine Fliege gefunden und bin drauf gestiegen! Wo bist du? Wo bist du? Äh, ne, 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 ne! Ich... Ich flieg dir in die Boobs, Alter! Da! LoL! Kevin ist gestorben! Ich flieg in die Boobs! Du bist gegen irgendwas gegengeflogen, glaub ich! Fuck! What? Was seid ihr? Oh, ich seh was zu essen, das Visier ich jetzt an! Oh, shit! Ich sitze auf Kutscher, ich sitze auf Kutscher! Ich weiß nicht, wo du bist! Oh, ich bin eben neben dir! Hä? Nein, du bist nicht neben mir! Doch, ich hab dich eben laufen sehen! Oh, da ist jemand! Ich seh ja! War das Kevin! Oh, wir rumzusprayen! Jungs, kommt raus! Ist ja ekelhaft, Alter! Alter! Ja! Nein! Ich klatsche! Hä? Ich will ihn löschen! Alter, mir wird so schlecht, weil die ganze Zeit... Oh, scheiße! Nein! Hä? Ich bin schon wieder getötet wie das! Hä? Ich kann nicht schlagen! Oh! Juhu, verpisst dich, du! Habe ich das jetzt gegessen? Hä? Man sieht doch nie, wenn man was in der Hand hat! Du hast was zu essen, Leute! What is happening? Wo? Jo, die Hitbox ist ja geil! Ich war genau mit dem Fahnenkreuz drauf, ihr kleinen Wichsviecher, Alter! Ganz oben auf dem... Nein! Oh! Ich hab's gegengelaufen! Hä? Oh, Mann! Scheiße, ich komm nicht mehr raus, leider! Oder bist du tot? Was ist denn das? Oh, ich hab gesehen, wo er jetzt ist, Leute! Das Ziel ist wahrscheinlich unendlich, irgendwann richtig groß zu werden! Wahrscheinlich, alle Essensdinger zu finden! Das kann sein, ja! Ich komm nicht mehr aus der Schublade raus! Ey, verpisst dich! Ich weiß, wo er jetzt ist, Leute! Geh mal weg hier! Ich weiß, wo er jetzt ist! Boah, du hast dich gekillt schon? Hä? Ich hab Kevin gerade gekillt! Noch ein Leben, Leute! Ja, ich weiß noch, wo eins ist, vielleicht der letzte! Oh, der war meint! Ich bin... Ah, ne! Ich hab das letzte Leben genommen! Ist das schön kackt! Da! Nein, nein, nein! Jetzt werf ich dich ab! Da ist was, Ola! Da ist was! Stürb! Stürb! Ja, 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 ich renne! Jetzt mit dem Wasserkocher, Junge! Jetzt mit dem Wasserkocher, Junge! Wo seid ihr? Da oben drauf! Ich weiß es doch! Jürgen, wer frisst hier! Hast du das genommen, was... Hast du das genommen, was... Was ich gesehen hab? Die nimmt den Teller nicht! Oh, noch eins! Was? Hä? Die Fliege, die Fliege! Ich hab die Fliege, Junge! Genau drauf! Du bist tot, Junge! Nein! Nein! Das Essen! Oh, das Essen! Oh! Ja! Kutcher Tod! Kevin, da ist noch eins beim Mikrowelle! Wir müssen die Ender Hoffnung, Kevin! Kevin? Also da ist ja so viele... Aus Max, deiner Sicht sehe ich das ganze Zeug erst! Jo! Du hast volle Auswahl, Kevin! Tu es! Kevin, wo bist du? Hä, warum liegt doch so viel Essen rum? Warum finden wir das nicht? Man muss sich aussplitten! Oh, nein! Oh, Kevin! Oh! Der ganze Frisbee-Wurf! Jetzt mit der Gabel, Junge! Ja, komm raus, Kevin! Kevin! Kevin, du schaffst das! Fick ihn weg! Okay, okay! Hör mal mit der Ruach! Alter, so viel Essen! Boah, so viel Essen! So viel Essen! So viel Essen! Bin ich ja! Oh, läuft doch hier! Wie heißt das Game nochmal? Irgendwas mit Cock, ne? Cockroach! So und schon! So und schon! Warum heißen die eigentlich so, Alter? Oh, oh, oh! Coole Frage! Alter! Seht ihr... Guckt ihr mir grad alle zu? Wir können dir nicht zugucken! Wir können noch Max zugucken! Alter, wie viel Müll ich dahinter geschmissen hab! Richtig Pressure, ey! Wo bist du, Kevin? Komm raus, komm raus! Wo habt ihr gesagt? Auf einer Mikrowelle? Ey, mit der Schrot muss man doch schießen können! Ja, vor der Mikrowelle ist was... Wir helfen dir jetzt, Kevin! Mit einer bestimmten Taste? Vor der Mikrowelle ist irgendwas, dann ist noch was... Hä? Oh, ich hab was? Äh... Ja, jawoll! Jawoll! Wer sieht's nicht? Mach es! Oh! Vorsicht! Vorsicht! Nooo! Mit der Schrotflinte! Weggemacht! So und jetzt? Ich weiß ja nicht! Was passiert jetzt? Hä? Nice! Ich hab keine Eier gelesen! Wie geht das mit den Eiern? Dich ihr müsst Eier legen! Aber wie denn? Ich hab auch genug essen! Alter, Kevin hat einfach sieben Leben gedings! Alter, was soll ich tun? Es tut mir doch leid! Wo seid ihr denn, ihr kleinen Schlawiner? Irgendwo an der Wand bestimmt, ey! Wie mach ich denn Sachen auf? Oh Gott, Alter, Kevin! Kevin, du bist der übelste Harzer, ne? Ja, ja, ja! Oh, irgendwer frisst hier! Irgendwer frisst schon! Lecker, lecker! Ah, Junge, Junge, Junge! Bam! Mein Essen! Alter, du hast dich verpissert! Hab ich das gegessen? Nee, es liegt noch da rum! Oh, irgendwer frisst! Aaaaaaah! Nein! Die haben sich nicht erwischt! Ich hab dich safe! Hä? Alter, Oma, du hast mich das erste schon mal weggesnickt! Alter, ich krieg so Kopfschmerzen! Ich wusste gar nicht, dass man rennen kann, Alter! Ich hab die ganze Runde ohne Rennen gespielt! LOL! Wie ein Behinderter am Rollstuhl! Warte mal! Oh, no! Irgendwer läuft da oben! Er ist da da oben? Niemals! Wo habt ihr die Knarre her, Alter? Du hast einen Waffel-Shoppen! Du hast einen Waffel-Shoppen! Oh! Oh, ist mir schlecht, Junge! Übel, ne? Jo, warte! Oh, ich bin eine Fliege! Oh, du steht erst digitiert! Hand of- X ux! Ich seh dich hier drüben, Junge! Wer bist du? Alter, wieso seh ich niemanden? Alter, wo ist das scheiß Essen? Das schlimmste... Warte, ich bin jetzt Scout! Ich bin mit der Fliege, Scout hier ist das Essen! Glauben, wo das Essen ist! Okay! Einmal auf dem Fensterbrett! Okay! Ich seh dich, Max! Ich seh dich! Alter, wo bist du? Fuck. Komm ran hier. Oh, ich muss wieder darauf landen. Alter, der Sound. Okay, okay, okay. Kann ich das Wunderbiss von abspringen? Ich brauche nur noch einmal essen, dann lege ich glaube ich ein Ei. Oh stimmt, Dola ist kurz vorm Kommen. Alter. Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, Junge. Ich brauche Informations, Jungs. Jo, auf der Fensterbank. Warte, ich guck nochmal. Da muss mir mehrere Spots geben. Alter, wieso sehe ich denn gar keinen, ey? Alter, halt auf hier rumzusummen neben mir! Mann! Okay, vor der Mikrowelle ist nur eins. Alter, ich kriege mal, nein, ich hab fast das auf der Fensterbank gekriegt. Aber er hat mich, ey. Wir müssen Solar protecten. Max, wir müssen das jetzt schlau machen. Wir müssen Solar protecten. Oh, wer ist? Scheiße. Wo bist du? Ja, hier bin ich, Kevin, hier bin ich. Auf dem Kühlschrank. Oh Gott, ey. Zusehen ist ja echt AIDS pur. Wir müssen Solar jetzt eskortieren, Alter. Ihr müsst das Eier legen. Ihr müsst ablenken, ihr müsst ablenken. Scout die Scheiße, ey. Alter, jemand gewirft, ey. Hä? Boah, Alter, manchmal checkt man nicht, wie man da hingekommen ist, wo man ist. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Nein, Alter, ich fühl. Ey, ich mein Kutscher. Oh, ja, 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 jetzt Achtung. Jetzt Achtung. Hast du die Schrot, oder was? Oh, nein. Sola macht keinen Scheiß. Oh nein, Sola macht keinen Scheiß. Ich seh das richtig aus seinem Arsch rausgehen. Alter, legst du grad ein Ei, oder was? Vielleicht. Was seh ich denn? Da musst du dann links klicken, wenn du drei hast, oder so. Ach, wo bist du? Ich seh einfach kein Essen, Mann. Ich auch nicht, Alter. Ich hab mich Millionen Essen schaffen gesehen, als ich der Dude war. Ja, muss immer so nach oben an irgendeinen hohen Punkt und da dann mal checken. Ja. Ein bisschen Scout. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Oh Gott, Junge, wer bist du denn guter Alter? Oh shit, nein. Ich bin voll, ich bin besoffen, glaub ich. Ich spring. Warte, ich spring. Der kriegt mich nicht, Junge. Der kriegt mich niemals. Ey, ich bin schon wieder tot. Kutscha, du Lappen, ey. Ich bin nur am fliegen, ey. Oh, ihr wisst! Nein! Nein! Sola, du musst leben, du musst leben! Du musst leben! Sola, der bei der Mikrowelle ist auch noch einer. Okay, okay. Geh den. Oh Gott. Hast du den bekommen auf Fensterbank? Wie schwierig ist das als Kakerlake, Alter? Doch, der ist weg. Normalerweise spielt man, glaub ich, mit mehr Kakerlaken. Ist mein S noch länger geworden jetzt, oder? Kannst du links klicken, vielleicht? Probier mal, ich muss jetzt mal irgendeinen Safe-Spot finden. Diese Steuerung. Scheiße. Alter, was seid da? Kevin hat so viel Pressure, Alter. Das ist insane, ey. Da, ich hab ihn gesehen! Wie du aussiehst, Kevin, Alter! Du bist ein Hartz-IV-Pfänger, Junge! Du bist doch ein richtiger Dota-Spieler, Alter! Wow! Siehst aus wie ein richtiger Alternate-Spieler, ey. Er hat scheiß Kakerlaken bei sich im Zimmer. Oh nein! Er mischt! Du Lappen. Komm schon! Hau ihn doch! Wieso haut er ihn nicht? Nice Ass! Oh, nicht schon wieder ich, Kevin! Komm schon! Ey, warum?! Alter, Kutscher, du kostet uns die ganze Leben! Auf der Dunstabzugshaube ist auch noch so ein Ding! Okay! Wo ist denn die Dunstabzugshaube? Überm Herd wahrscheinlich! Ohnewohl! Was ist das für ne dumme Frage? Oh fuck ey! Ey, warte nochmal! Ja, okay! Oh! Oh Gott! Mann, Kevin! Ich geh einfach an Kutscher die ganze Leben ab! Fuck! Ach, wer ist das da? Ich komm auch nicht mehr auf... Ich komm auch nicht mehr auf... Ich hab ja nicht einmal was zu essen gesehen! Das sind so so braune Kackf... Oh, ich hab jetzt nen guten Spot! Ich bin ne Flieger, Leute! Okay, ich scout! Okay, ich scoute, scout! Ja, ich seh dich, Sola! Oh nein! Nicht Sola! Alles safe! Alles safe! Alles gut! Sola darf halt legendlich sterben! Das ist vorbei! Scout für mich, Kutscher! Hä? Was denn? Hä? Ich bugle! Ich bugle! Oh ne! Bin ich jetzt safe? Ich glaub ich bin safe! Ich hab was zu essen gesehen! Das sieht aus wie du willst ne Ranze! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh, Alter! Kutscher, ich seh dich! Nein! Oh, ich hab Sola! Nein, nein! Er ist noch nicht tot! Dann stirbst du nicht! Oh doch! Er ist tot, oder? Nein, nein! Aber er hat seine Singer verloren! Oh, er hat seine Scheiße verloren! Scheiße! Oder du hast deine Eier gelegt! Du hast meine Kinder getötet! Ich hab grad... Ich hab grad was gegessen! Geil! Das ist mir alles egal! Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Mit irgendeiner Taste muss man die Kacke Eier legen können! Verdammte Scheiße! Du brauchst halt echt Legend 3 Dinger oder so! Ja, oder 10 Leute, die Kacke Lake spielen! Alter! Wozu? Oh, irgendwer! Oh ja! What the fuck? Ich würde da gefallen! Hä? Alter, ich hau dir voll in die Fresse, Alter! Junge! Ich hab's gesehen! Nein, Juke! Juke! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich will doch nur das Scheißding da auf die... Nice try, Kevin! Alter! Ich krieg die nicht, eh! Gibt's nicht noch eins, als auf... Oh, was ist denn da? Oh, ich hab dich fast... Gibt's nicht noch ein anderes, als auf dieser Abzuzauge da? Hier wird grad wirklich nur eins... Okay! Ist ja halt auch gar keins grad... Oh, nee! Oh, ich hab ihn! Kutscher, gar kein Kutscher, Mann! Mann, was soll ich machen? Ihr macht ja alle nichts! Hä? In den Regalen... Ihr seid alle useless! Junge, ich hab schon was gegessen, im Gegensatz zu dir! In den Regalen... Ich guck jetzt von dir oben, ob irgendwo... Alter, tritt mich doch nicht, Kevin! Jo, da unten seh ich doch was! Oh, shit! Oder? Hallo! Oh, Irgendwer ist! Kann man ja nicht das Radio leise machen? Oh, Irgendwer ist! Oh, isst du! Hahaha! What the fuck! Warte! Oh, Max hat auch nen dicken Schwengel jetzt! Jo, Junge! Jetzt lege ich! Geh durch! Oh, komm schon drauf! Was ist denn? Lass es mich essen! Ich seh dich! Ich seh dich! Okay, folg mir! Jo, ich bin hinter dir! Hahaha! Scheiße! Machen ruhigen, machen ruhigen, machen ruhigen! Hier, siehst du's? Ja, 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 lenk ihn ab, lenk ihn ab! Okay, warte! Alter, Max... Ah! Ja, ich lenk ihn ab, ich lenk ihn ab, ich lenk ihn ab! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ich hab's gegessen! Kannst du jetzt was legen, Alter? Linksflick, linksflick, zum Legen! Ich probier's, Junge, ich will doch scheißen! Der Knüppling muss raus! Das war mal ein richtig geiles Ablegungsmanöver! Ich hab's oder gegessen! Ich glaub, eins brauchst du noch, Max! Ja, ich glaub, eins brauch ich noch! Kevin, lässt du mir eins, nur damit wir's mal ausprobieren? Ja, klar! Kapper! Junge, du bist doch eh overpowered im Gegensatz zu drei Kakerlaken! Du bist ein Tierschänder! Das bist du! Ist aber grad original echt nichts da! Ich seh grad gar nichts! Oh! Nein, er hat mich gesichert! Oh! Hab ich nicht! Alter, er hat mich! Hat ich Stoutguard aus Kevins Sicht! Warte! Ja, das ist gut, Kutscher! Ich guck in die Wand! Auf der Abzugshaube ist immer noch eins! Auf der Abzugshaube ist überhaupt keins! Oh, da war der Große! Da war der Große! Nein, er weiß, wo ich bin! Er sieht dich, Max! Ja, ist nicht schlimm! Er hat immer noch... Ich bleib manchmal an seiner Sicht! Ich fiel dir eh nur! Moin! Das ist ne gute Strategie! Oh nein! Oh ne! Oh no! Max! Mach keinen Scheiß! Ich komm easy weg, Junge! Easy! Das war locker knapp, Alter! Hi! Erstmal Kaffee! Die Mikro werden jetzt überall abzittern, ey! Oh fuck! So, Sola, scout mal! Okay, ist hierherz! Ist hierherz! Okay, beschreib es mit... Gibt's Teamshit? Alter, jetzt hör mal auf die ganze Zeit zu gucken! Magst du das letzte, das du gegessen hast? Ja! Das war ja... Jaja! Fuck! Weißt du... Fucko, Matiko! Schreib schon mal bei Whatsapp oder so! Nein, es liegt auch auf dem Boden! Es liegt auch auf dem Boden! Okay, okay, okay! Scheiße! Der hat seine Pfanne gerade weggeworfen! Kucha! Kevin, willst du mich eins noch lassen? Einfach, um zu gucken, was passiert? Ja, dann mach! Ja! Nein! Trau dem nicht! Trau dem nicht! Seh einen! Da ist jemand! Nein! Das, was du nicht machen mag! Ah! Schliets! Solareep! Ah! Ich glaube, du drin ist echt ein bisschen weh! Mit dem Wasserkocher hier zu holen! Seid doch nicht so! Oh! Irgendwer ist! Ja! 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 Nein! Ich glaube, ich lege! Das ist meine Leiche, die du gerade versuchst zu töten! Jo! Ich hab' mei! Ich hab' mei gelegt! Ich hab' mei gelegt! Ich bin fruchtbar! Jungs! Ich hab' mei gelegt! Ich fick dich! Ich fick dich! Bestäumt! Und jetzt? Jetzt liegt da so ein Knödel! Haben wir ein Leben mehr bekommen? Nee! Ich doch nicht! Vielleicht ist das Punktezahl? Gibt's Tappeln? Egal! Fress dem die Bude leer, Jungs! Hä! Wir haben doch safe ein Leben mehr bekommen, oder? Hab' dir doch... Ich hab' auch! Ich hab' wieder gefressen, Leute! Alter, wieso hau' ich dich nicht? Lauf, lauf, lauf! Gutsch aufs Safe Zone! Ah, hier liegt ein Knödel! Das ist einfach ein Leben mehr, oder? Ja, warte, warte! Warte, warte! Was ist da der Sinn, ne? Junge, guck dir den Spiel mal an, wirklich durchzuhalten, glaub' ich! Was heißt da denn? Neben dem, neben dem Messer ist eins, auf dem linken Ringer ist eins, NEBEN DEM MESSER! Jo, das sagt alles! Neben dem Messer ist ziemlich harmlos! Da können wir... Fruchtbar sein! Hä? Oh, ich hab' irgendwas gehört! Ich weiß nicht, woher... Ey, wie wird's die Metal-Musik? Oh, ich seh' jemand! Vielleicht müssen wir ja auch irgendwie eine bestimmte Anzahl an Eiern legen! Oh fuck! Schlitz! Nein, mach' keinen Scheiß, Kutscher! Oh! What?! Oh, nein! What?! Hä? Hab' ich dich nicht getötet? Ja, weiß ich auch nicht! Ich hab' irgendwas an die Wand geschmissen! Aber ich war... Oh, irgendwer ist wieder! Wie hast du denn das dicke Ei rausgedrückt damit? Linksklick oder was? Oh Gott! Alter, Kevin hat mich noch nicht einmal gekillt! Doch! Nein! Ich? Nein! Ich seh' was, ich seh' was! Und ich hab' schon ein Ei gelegt! Jungs, ihr müsst' mal... Aber wo ist denn das Ei? Ja, da wo du nicht hinkommst, du Heslon! Alter! Ich hab' wieder gegessen, Leute! Ich bin jetzt wieder OP! Geil, du bist... Nein! Ich bin der Gefiedeste hier! Ah! Ich bin der Gefiedeste hier! Ich bin der Gefiedeste tot! Okay! Oh, irgendwer ist hier wieder? Ja! Ja! Wie er mich anguckt, der Heslon! Ja! Ja! Nein! Ach doch, du hattest mich einmal gekillt! Stimmt! Jetzt hab' ich kein Leben, man! Alleine fühl' ich mich eh besser! Alleine geht's mir eh viel besser! Müssen wir jetzt Tipps geben! Sag' mir, wo noch was ist! Wie switch' ich denn die Sicht? Ja! Ja, stimmt! Dann kann sich einer von uns wiederbeleben! Nee, kann keiner mehr! Okay! Neben der Spüle ist so ne Untertasse! Ja, genau! Da ist was drauf! Oh, what the fuck! Dann... Wo bin ich? Weiß ich nicht! Boah, sonst seh' ich auch nichts! Aus Kevins Perfekt! Oh doch! Vor der Spüle auf dem Boden! Da liegt ein Teller! Richtig rum! Ja, stimmt! Und im Teller liegt was! Oh! Sola, er sieht dich! Ist das einer? Nee, das ist ne Leiche! Ich glaub' das ist ne Leiche! Ich glaub' das ist ne Leiche! Ah! Hast du mich gesehen? Was? Nee, hat er nicht! Hat er nicht! Das ist ne Leiche! Tarn dich als Leiche oder so! Jetzt hab' ich ihn gesehen! Ohohohoho! Jetzt hab' ich dich gesehen hier! Alter! 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 Du musst oben über Bande spielen! Über Bande, Junge! Ja, weiter! Der frisst! Wo frisst der? Nice! Ja! Hahaha! Jetzt hab' ich mir alles gegen... Der Pole, ey! Wo bist du, Alter? Der Pole in seiner Küche! Ja, Alter! Der röstet erst mal aus! Der vor deinen Füßen hat er's aufgegessen, du Lappen! Echt? Oh, der läuft auf dem Teller! Ich seh's! Der ist der Sneaky! Oh, er hat dich rot! Er hat dich rot, Sola! Ja, aber ich konnte damit nicht schießen! Ich glaub' du musst Rechtsklick gedrückt halten und dann links! Was? Weiß ich nicht! Also, sag mir doch mal was ist! Bei der Spüle, ja? Und da, äh... Da ist ein kleiner Unterteller! Und da drauf liegt Essen! Mhm! Aber er guckt halt die ganze Zeit drauf! Haha! Ich hab' auf der anderen Seite auch was gespottet! Nice! Oh! Oh! Oh Gott! Oh, er hat dich, Alter! Er hat dich so krass! Er hat dich am Sack geholfen! Oh! Oh! Der hat schon viel überliegt, ey! Hahaha! Du holst dich die Knarre wieder! Oh, du kannst fliegen! Jetzt geht's los! Jo, das schafft er nicht! Alter! Jetzt geht's los, Alter! Jo, er hat dich aus dem... Alter, er weiß, wo du bist! Er weiß, wo du bist! Oh, lol! Da ist was nice! Fress dich voll, Junge! Komm, Sola! Danach noch zweimal essen! Schön Cracker rauskacken! Alter! Alter! Alter, er frisst einfach das ganze Essen auf! Alter, er steckt sich komplett weg! Was soll ich denn dagegen machen? Wenn nichts, du bist ein Lappen! Moondy, ich spiel' PlayerUnknown's Battleground! No Baby auch! So'n Kackspiel! So was ordentliches spielen! Wieso? Jo, ey! Der kann kacken! Oh, du hättest grad kacken können! Scheiße, Mann! Das war eine weitere spannende Runde! Cockroach Simulator! Oh no, ey! Sorry! Ich hab' nur 8 Tode! Alter! Hä? Ich hab'n Kill! Ah ne, ich hab'n Ei! Du hast'n Ei gelegt! Dieses Spiel! Aber war ganz schön intens am Ende, muss ich sagen! Yeah! Das Menü auf! Vortrefflich! Ja, bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschüss!